und damit recht herzlich willkommen zurück zu der Höhle und hier der Kleiner, die rennen hier alle rum, die bewerfen mich doch schon die ganze Zeit mit Dreck oder mit Steine und dann kommt der an und haut mich einfach. Da renn, da hin, da. Wo ist er? Ja guck du mal. Was? Kevin, geh mal weg da. Ich tue aber ihnen hier nichts. Ich komme nur eben an und kneifen dich. Böö, kleiner Vökel, Alter. Ähm, da sind die Fische dran. Ja. Danke schön. Da werden wir schon in die Höhle gehen, ne? Oder gehen wir in der Höhle? Aber blöd, da können wir ein paar mitnehmen, das fand ich gut. Ich denke auch. Sollen wir mal ein Feuer machen müssen? Ich weiß nicht, wie groß die Höhle ist. Oh, da sind sogar Bären. Ich glaube, da habe ich noch Hunger. Aber essen kann man ja. Füllt auch ein bisschen. Hunger auch. Das erstellt den Hunger ein wenig. Und ein bisschen. Dann eilen wir mal zur Höhle. So, lass mal ach, lass mal ein Stein. Hopp. So. So. Oh, es wird windig. Was war das? Ach nee, das sind die komischen. Die mag ich nicht. Die so. Bären. Ja, wir müssen eigentlich gleich da sein. Da war noch. Ja, genau das wollte ich haben. Da sind noch Bären. Wir essen noch mal ein bisschen. Na. Ja. Ja. Habe ich stehen. So. Ist das die? Ja. Das ist die. Alles voll. Noch. Noch habe ich alles voll. Noch. Ja. Dann gucken wir mal. Rein, ne. Was da erwartet. Oh, oh. Ohne Taschenlampe. Geht ja mit. Zeiss. Sogen. Sogen. Fleiss. Uhren. Uhren ist immer gut. Hochzeiten. Stopp. Sobla. so dann wollen wir mal gucken so ein bisschen doch dahinten stehen sie wieder ein alter nicht die hundensatz da rennen wir schon wieder rum ja man sollte die auf Feuer anführen aber ich kann dann noch freuen weil die ist schon wieder da weg noch ein bisschen Licht hier an der Seele für meine rechte Aussammlung ja da stehen sie aber guck mal da aber für euch habe ich vielleicht warte mal ab so guck mal hier da sind viele aufeinander wozu so ist mal noch einer ach da rennt nur einer dann kriege ich auch so glaube ich ja oder ja komm du mal her ja komm du mal her öpp noch einer wirkt ja noch so was sind denn eigentlich für die ja ich hatte da jetzt jemand noch ein bisschen essen und dann und dann reicht ja ja das können wir hier lassen auch das können wir da lassen da haben wir auch genug von dann haben wir hier noch ein kreuz haben wir hier noch schönes und ein kreuz da ist nichts mehr da ist nichts mehr ja gut dann können wir weiter gehen aber hier war keiner mehr sind alle so ein bisschen gestorben dann ja ich kürze da runter jetzt ist das gut kommen wir da runter ich will es nicht festen nein auspassen jetzt hat hier noch einer doch noch irgendwo rumspiert ich glaube nicht schon ja was haben wir da haben die nach gold gesucht oder nach irgendwelchen gold hier ja ok dann brauchen wir schon hier eine oder eine oder eine Hackpick hm achso das ist mein Schatten ich dachte schon gerade Oh, diese Fläder-Mäuse machen. Jedes Mal, ne? Jedes Mal das Gleiche. Ey, was bist du denn? Äh, kann man den hauen? Ah, dauert bestimmt länger, wa? Warte mal, kann man ja gleich wieder ausflammeln. Hm, oh, ich muss das denn. Je, haha, Alter. Haha, das hat mir rummelt. So. Hab ich mal hier durch. Warum sollten wir eigentlich das hier auch? Wofür ist das? Ist das doch nicht. Nehmen wir aber trotzdem mit. Ich weiß nicht, wofür das Gute. Aber irgendwas kommt hier wieder. Was ganz Böses. Ich weiß, was hab ich bei dem Gefühl. Hab ich keine... Ich hör ja mal weg, wa? Ich hör ja irgendwo wohl weg, ne? Aber wo, wo ist die denn? Ah, die kommen von hier. Da ist nur einer. Ja, der hat mich gesehen. Da ist noch einer. Wer sind denn da drin? Da kommen wir an. Da kommen wir schon da hin. Da müssen wir den Axt ausrüsten, weil er kommt ja nicht. Ich will nicht, dass die alle kommen. Ah, komm du mal. Ich bin ja froh, dass ich nicht so viel aushalte, oder? Hier kommt dann noch einer. Gucken. Na, dann kann man mal eben hier ein Feuer machen. Weil dann mache ich mir nämlich direkt neue... ...Hab hier noch Rüstung, glaube ich, wahr? Äh, tragen. Was geht das? Äh. Also. Ich mache direkt neue. Kann ich hier nicht so einziehen? Doch, jetzt geht das. Jetzt ist mal ging das nicht. Äh, schweilbarer. Und... ...Machen wir die mal voll. Und tragen. So. Ich mache mich mal eben. So, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Da liegt einer. Mach mal was noch. Wo lacht der andere dann? Ui. Lacht der hier? Nö, dann lacht er weiter vorne. Wollte ich da nicht drüber, ne? Will ich auch brennen. Ach, da liegt er, ja. So. Wo ich denn hier abspiele wieder? So. Na komm. Wett gar. Ja. Da geht doch. Ja, das wollte ich nämlich jetzt vermeiden. Ja, dann brenne ich halt eben. Ja, komm, geh aus. Ja, komm. Geh aus. Gut. Ja, ja. Sehr gut. Das brennt aber auch echt lange, ey. Das brennt ja hier nicht, oder? Was los? So. Oh, warte, da noch. So. Also, irgendwie lehren hab ich nicht richtig drauf, ne? Komm mal her. Dann legen wir nochmal richtig drauf. So. Nur aber. In der Zeit kann ich mal eben schnell. So, schütteln. Oh, 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 oh. Ich geh das ganz voll. Einmal hat er das immer zur Seite, wenn er nicht. Komisch. Ah ja. Mock ja nix, ne? Aber dann haben wir jetzt nicht. Ja, gut, so. Und die Musik dudelt da weiter im Hintergrund. Nur einen, da brauchen wir noch. Aber. Ah, der ist. Der ist. Der ist, der ist, der. Brauchen wir nicht. Weiter nochmal anmachen. Weil er dann, bevor er. Oh. Kann er nicht nirgeln. Ja, geil. Ha. Komm. Essen war grob. Toll, das macht nix, oder? Nö. Macht nix. Okay. Gut, wir gehen mal weiter. Und wir gucken mal. Dann noch mehr von den komischen. Gehe ich jetzt wieder zurück. Warte mal eben. Ja, ich gehe wieder zurück. Falsche Seite. Oh Gott, nee. Nicht der. Nein, 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 nein. Warte mal. Haben wir da was für? Geht doch. Sehr schön. Alter, da wollen wir drücken ein neuer. Weil, ich weiß nicht. P4 war da, dann war da Klebesand, Draht, Ruhe, und Geld war da, glaube ich. Ja. Da kann man noch eine bauen. Warte mal, hier, Draht, Haar, Klebesand, Ruhe, und Geld. Da war noch was bei ihm. Was hab ich gesagt? Ja, hier. Ja, ich bin toll. Okay. Ich höre dir dann hier keine Musik. Dann noch irgendwo ein. Oh, der verblaut. Da hinten sind noch welche da. Wie viel sind das? Hm. Wo, der hinten? What the fuck? Können die das nicht? Nö, glaub nicht. Ich hatte hier lange rankommen, war. Okay. Ähm. Groß Fleisch. Wessen könnte ich mal. Ich hab eigentlich noch genug. So eine Beere hier. Lüpp. Oh, ich brauch die Axt wieder, da. Da hab ich genug drin. Ja gut, dann können wir gleich noch was essen. Das Seil. Oh. Der ist ja hier. Das ist nämlich die gute Rüstung. Ja. Komm mal nicht durch. Wir wollten mal essen. Ja. Ich werde mich jetzt wieder mitnehmen. So, oh, der ist am Schlafen. Glaub ich. Da hinten sitzen sie aber. Die legen sich schlafen? What's the poo? Du musst aufpassen, ey. Nicht, dass die von hinten kommen wollen oder so. Da sind gar keine Lust drauf. Ach, hier ist auch noch ein Radio. Ich bin aber nicht am Anfang. Oh, nicht. Okay, dann war bestimmt das. Von gerade, weil ich kaputt gehauen habe. Da hinten auch wieder. Ah, nee. Nur wieder so hässliche Dinger. Hm. Ich bin ja auch mit erwischt, den einen komischen. Der hängt dann immer noch rum da. Ach doch. Hab ich denn? Wo ist der? Der ist hier irgendwo. Hör dich doch. Aber hier liegt er nicht bei, wa? Da hinten läuft er. Der Lumpy Pumpy. Jetzt nicht mehr. Wo ist der hin? Oh, nö, jetzt hängt er. Doch, kriege ich. Ach, schon gerade. So durch den Felsen am Schneiden. Weil die Höhle groß, ey. Uff. Kann ich noch hier machen? Ja, aber. Aber ich hab noch mehr genug Geld, weil... Gucken wir mal, ob wir noch eine hinkriegen. Aber nicht gleich mal so schlecht. Ähm... D4... Wie viel Geld haben wir denn? Ah, ich glaub das klappt. Ähm... Was fehlt denn da noch? Warte mal. Ach ja, klar. Doch, nö. Wieso kann ich denn... Ach so, ich hab da... Okay. Sehr gut. Da hinten rennen wir auch schon wieder rum, ich hab's ja gesehen. So wird hier in dem Fall eine Abschreibung. Ähm... Mäh, ich glaub das ist mit anderem. Da sind keine... Fehler... Ich glaub das sind... Die kleinen komischen Krabbeldinger. What the fuck? Oh oh. Aber wat? Wo? Wo bist du? Die sind echt die kleinen? Hab ich da noch nicht vergessen? Bäh. Ach, das krabbelt da rum. Oh oh oh. Hop. Alter, was ist das? Oh mein Gott. Komm. Ich fang an zu brennen. Oder viel mehr. Warte mal, ich kann mal ein bisschen dahinten hin. Feuerzeug. Alter, was bist du für ein Ding, ey? Da hinten rennt es wieder rum, ey. Oh mein Gott. Kann man so viel. Oh mein Gott, wir machen das Duell heißen, manchmal. Oh, ist das? Oh, ist das hin? Hopp. Hopp. Find das nicht, oder? Ja, komm. Guck mal, wo bist du denn? Such dich ja schon, die ganze Zeit. Weiß mal, das ist mal da hinten. Die Babys. Weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Was willst du denn von mir? Oh. Vorsicht. Auf die Tastellampe. Ah, bis gut. So, wo ist das große? Ach, da ist noch ein Alter. Mein Gott. Was hast du denn so hüpfen gelernt? Oh, das machen wir. Vielleicht. Endlich, ey. Aber gut, dass er nicht so viel aushält, ne? Alter. Alter. Hier, Hacker, Schorsch, ey. Ach, zu Fuß. Ist noch immer hinterm Leben. Ich bin durstig. Okay. Na dann. Dann trinken wir was, ne? Weil wir mal durstig sind. Oh, hier haben wir die jetzt weggemacht, ne? Hier noch irgendwo was. Da ist noch Gold. Oh. Sehr schön. Mit ein bisschen Geld, ey. Äh, gehen wir jetzt da lang. Da ist auch... Alter. Hier verrennt man sich. Hier verrennt man sich in der Höhle da. Meine Batterie ist auch. Vielleicht den Geist auch. Gehen wir mal eine Taschenlampe. Da geht das lang. Aber hier geht das nicht weiter, oder? Oder? Geht hier auch noch irgendwo lang. Nein. Aber ich bin jetzt hier nicht. Hm. Ich bin jetzt hier raus. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich mach hier mal... Batterien ja. Ich mach hier mal... eine kleine Pause. Ich weiß nicht, wie lang die Höhle noch ist. Und... als Glückchen kann man noch mal eben gehen. Ich kann mal eben gucken. Aber... Ich glaube, hier schreibe ich erst mal ein Zeltplatz auf. Und dann... Und dann... Gehen wir davon aus. Und das wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir hier durch sind. Und dann... Warte mal... Kann man das Wasser wenig zu trinken? Wird auch nicht so weit gehen. Ja, und dann würde ich sagen... Wir machen ja mal eine kleine Pause. Und... Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal bei... 5.4.4. Tschüss.